Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute zeige ich dir aus dieser Topmodel-Abteilung drei Sachen, die ich am besten finde. Also, erstens ist diese Palette. Die hat ein sehr schönes Packaging. Sieht von mir so aus. Mit den Farben, mit einem Pinsel. Vier Farben. Sieht sehr schön aus. Dann erstens. Dann zweitens nochmal diese. Sieht auch schön aus. Die hat mir dunklere Töne, aber sie sieht auch voll schön aus. So, das waren die ersten zwei Sachen. Und das nächste ist dieses Buch am besten. Wenn das so richtig ruhig hier steht, ja. So, dann mal. Spielt dann zu Hosen. Kann man schon mal rein schauen. Dann kann man sich so aufzunehmen. So, und das waren die tollsten drei Sachen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dann kann man sich so aufzunehmen. Dann kann man sich so aufzunehmen.